Ja, irgendwie hier und so oben. Okay, dort oben müssen wir die Kette. Bringt es zu Ende! Hä? Ein Eindringling! Jo! So. Ich wusste, dass es zu Ende... So. Okay. Dann wahrscheinlich richtiger Ansatz, nur noch falsche Umsetzung. So. Ja. Ah, was ist das? Ah, zusätzliche... Von Mangeln kann die meisten Gegner anziehen und halten Gegner. Okay. 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 Das maximale Macht erhöht sich. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir zuerst mal das... Ah, das sind zwei. Zwei. Gut, dann machen wir das. Mit heranziehen. Ah, jetzt wollte ich ja noch die Heilung. So. Sonst ist das ja noch gerade ein wenig witzlos. Dann hinauf. Nauf. Skange! Ich kann nicht mehr kämpfen! Wir haben es erwischt! Schieß ihn runter! So. Ja. Los geht's! Oh, komm! Ey! Du hättest einfach... Willst du mal rein sehen? Wieso kann er nicht einmal schneller zuschlagen? Ja, sehen wir es uns an. Irgendwas findet man immer. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Diese Kerzen waren Opfer für dieses Grab zur Verherrlichung des weissen Mictrul. Erst hielt ich sie für Weihgaben an den Lebenswind. Aber je weiter ich vordringe, desto unwahrscheinlicher wird das. Und doch eines fasziniert mich. Figuren von Sefo, die runde Objekte halten. Fast wie Kugeln. Das Grab ist gut erhalten. Aber dies sind alle zerstört. Ein interessantes Rätsel. So. Okay. Ach, und hier ist ja noch der Wächter. So. So. So geht's doch einfacher mit denen. Nein. Dann. So. Dort hinten. Nein. Mist. Ein wenig verkalkuliert. Stimm zu mir bitte. Ach ne. Tschüss. Viel gefunden. Verstanden. Jetzt wird nur noch ich übrig. Ich habe jetzt da nicht so Interesse. Ja, und? Ich weiss auch. Nein! Du gehörst mir. Dann komm bitte. So. Ich hoffe dann, dass es jetzt geht. Nein. So. 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 So, forget. Zhitra? Cele. Ach, und jetzt, weil es regnet, funktioniert das nicht. Okay. Ja, oder wartet mal. Nein, das wollte ich nicht. Nein, auch falsch. So. Geht ja auch schon einiges besser. Aber der ist einfach im Nassen. Also irgendwas übersehe ich wieder. Die Frage ist was. Und so im unteren Bereich. Hm. Also mal. Nein. Also irgendwas muss von oben rauf, das runterfällt, das kaputt geht, das die Kugel hier unten reinfällt. So weit, so klar für mich. Aber irgendwas übersehe ich noch. Und ich weiss noch nicht was. Ach, wartet mal. Kann ich? Ich gehe mal hier nach oben. Haben wir hier irgendwo. Eine Kerze. Dann hätten wir. Dann wären wir. Dann wären wir hier. Dann wären wir. Dann wären wir. wie verhindern wir das erlöschen der kerzen ja wir können ihre metal gehäuse benutzen metall gehäuse ich verstehe es wo geht es jetzt nach oben hier wahrscheinlich habt ihr alter siehst du das nicht ist doch sonnenklar ja für mich ja eigentlich auch metall gehäuse schützt die flammen die halterung ist die gleiche wie in dem anderen grab gut gesehen also wenn ich jetzt das geht nicht nein wie schwer kann das dann bitte sein das ist ich sehe es eine kugel treibt diese laterne an schön wie die kugel so so bin ich blind von hier ist er trocken ja ja natürlich verstehe 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 so So. Nein! Ah. Mein lieber Herr Marvin. So. Nein! 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 Na, endlich! Ah. Und ich mache es mir so kompliziert. So, der darf jetzt einfach schön... ...hier bleiben. ...was gefunden? Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Zeffo-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her! Das ist Mikthul am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Zeffo-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Hm. Okay. Interessant. Oh. Lift. Ja, da würde ich mal sagen, haben wir einen guten Fortschritt gemacht. Ach ja, hier noch schön, schön. Man weiss ja nie, ob da wieder die alte Tante vorbeikommt. So. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du's rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. So. Eine Suchdroidensteuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Mhm. Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache. Richtig? Ja. Mal sehen. Wir sollten die Mentes anfunken. Thriller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich hör sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Oh je. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Also wenn das keine Falle ist, dann weiss ich auch nicht. Oh. Ich glaub da war ja was. Nicht? Oder triggert sie jetzt einfach nicht? Ja, entweder das oder das andere, ne? Aber wir haben ja noch andere Türen. Also da können wir uns ja noch ein wenig mehr in Fallen begeben. Hier. Gestern hab ich gesehen, wie ein Trupp von einer Gruppe Skaz erlegt wurde. Was für ein schrecklicher Tod. So was passiert, wenn du das Protokoll nicht befolgst? Ähm. Nein, da möchte ich eigentlich nicht. Doch. So. Doch. Der Jedi ist hier. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnen. Gut. Hast nicht gewonnen. Ähm. Äh. V. Ich denke der Lift führt zur unteren Ebene. Hm. Es hilft uns beim Rückweg. So. Oh. Nee, den mach ich nicht. Verzeiht, aber ich hab nicht für jeden Idioten Zeit. Und ich bin schon ein gutes Stück Arbeit. Oh. Hi. Habt ihr das auch gehört? Er ist der Jedi. Es geht los. Immer drauf. Das ist unmöglich. Schießt auf ihn. So. Sind wir. Ja, jetzt sind wir hier und müssen noch. Ach du Scheiße. Wie verwinkelt kann noch eine Map nur sein. Also. Und dabei war der erste Planet so schön. Feind nähert sich. Ich bleib kurz zurück. Ich muss nicht warten. Das ist unmöglich. Jetzt sind wir alleine, Jedi. Jep. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Oh. Ja. Gut. Das ist mal Geschichte. So. Und so. Und dann einmal hier entlang. Und dann einmal hier entlang. So. Und dann sind wir ja schon hier oben. Ah nein, nein, nein. Nein, nein. Oh. Nein, nein. Oh. So. Dann rennen wir hinauf. So. Du solltest nicht hier sein. Ja. Sagt man mir noch oft. So. So. Nimm das. What the fuck. Das wird schmerzhaft. So. So. Was. So. So. Das ... und. So. So. BD, wo sind wir? Also BD ist jetzt gerade nicht hier. BD 1? Hey Kumpel, wo steckst du? BD? Ich muss einen Weg hier rausfinden, wo immer hier ist. Irgendwas da hinten. So. Na? Bin ich jetzt gerade ein wenig blind? Das blaue, das... Ist das ein Stromkabel? Ah, ok. Riesige Stromkabel. Das war's. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Hm. So, jetzt hat der mal Saft. Und der... kriegt von hier Saft. Dann könnte der dann hacken. Dort auch. Hm. Hm. Es hat jetzt Strom. Ja. 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 Ja.